Wie das vorgesehen war, befinden wir uns zusammen mit dem Präsidenten und den Ministern, die den Ereignissen folgen, infolge auf das barbarische Attentat, was gestern auf Charlie Hebdo in Paris vollzogen wurde. Laurent Fabius, Christiane Toubira, Jean-Yves Laudrian sind die Minister, die da sind. Bernard Caseneuve sind nach Montrouge gekommen, wo dieses Schlimmereignis passiert ist. Und wir haben den Innenminister zur Situation gehört und uns besprochen, wie wir diejenigen befragen können, die gestern dieses Attentat vollzogen haben, die Sicherheit wiederherstellen können, wie wir unseren Mitbürgern gegenüber verhalten werden und wie wir die nationale Einheit auch in Demonstrationen schützen können. Demonstrationen, die vorgesehen sind. Und ich selbst und die betreffenden Minister haben uns mit den Abteilungen zusammengesetzt und folgen aufmerksam der Situation, um die Mobilisierung bereitzustellen, die wir brauchen. Und wir begrüßen die Tatsache, dass unsere Mitbürger sich gestern zusammengefunden haben. Und das wird auch Ende der Woche nochmal passieren. Dieser Wille, für unsere Freiheit zu kämpfen, für unsere Demokratie einzustehen, für unsere Toleranz einzustehen, ist, was wir sehr schätzen. Und ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, heute die Presseorgane dazu aufzurufen, sehr vorsichtig zu sein, welche Informationen und Botschaften sie senden, die heute über ihre Wellen gehen. Denn sämtliche Informationen können die Untersuchungsarbeit infrage stellen und Risiken, Sicherheitsrisiken darstellen. Das heißt, ich sende einen Appell an die Verantwortung jedes Einzelnen. Heute, gestern Abend, gab es Informationen auf allen Wellen, die, wie ich gerade gesagt habe, die Arbeit der Untersuchung stören können. Natürlich gibt es legitime Fragen, aber ich bitte Sie auch, Ihre Verantwortung wahrzunehmen. Vielen Dank.